Du hast jetzt 10 Millionen Bitcoin, wie würdest du dieses Geld waschen, dass du damit was machen kannst? Rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Aber ihr könnt ja mal bei edeltalkdrugs.com vorwalschauen. Auf gar keinen Fall wird es in ein paar Monaten einen neuen Shop geben. Man macht einfach ein bisschen Sauna, dieses Tauchbecken, dieses Outdoorbecken. Hast du dieses Outdoorbecken reingepasst? Was? Oder das ist 15 Meter lang. Herzlich Willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Dominik, wir steigen heute mit einer quicken Frage rein. Was ist dein Lieblings-Malle-Song? Oh shit. Ich muss sagen, Liebe im Helikopter. Mach den Hup, Hup, Hup. Mach den Schrober, Schrober, Schrober. Ich glaube, meine aktuell ist, da habe ich auch wirklich die letzten zwei Tage krassen Aufmerksamkeit gehabt, ist Ich sitze schon wieder dicht in dem Flieger. Alles voll klar, denn der Suff ist unnormal. Irgendwie so. Ja, irgendwie so, Bro. Aber jetzt haben wir beide nicht den Mark Eggers Song genannt. Meinst du, der ist böse? No, der ist auch gut. Der ist auch nicht schlecht. Wie ging da nochmal irgendwas mit Suff, Suff? Also das ist ja von diesem Quell-Kartoffel-Song. Ja. Und Suff, Suff. Party Palmen und Suff, Suff. Wodka, Lemon und Bier. Mojo, der ist auch nicht bad. Glaub ich jetzt mal, also ich möchte jetzt nicht die kreative, wie man so schön sagt, die Schöpfungstiefe von Mark Eggers jetzt in irgendeiner Form angreifen. Und Stephen G. Und Stephen G. Von dem erst rechtlich. In irgendeiner Form angreifen. Aber es ist ja jetzt schon eigentlich halt irgendwie ein chilliger Job, wenn man sagt, hey Bro, da gibt es gerade so einen Song, der ist viral, der hat so richtig einfache Melodie. Da dichten wir jetzt aber wirklich die dümmsten Lippen drauf, die wir finden können. Wirklich so einfach random, wie es halt bei Malle-Hits ist. Ja, normal. Da machen wir einen Malle-Hit draus. Und dann, ich meine, wenn du fuck hier in Mark Eggers bist, dann wird das Ding eh in Verfolg. Also, verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist die leichte Route gewesen. Also, falls ihr den Song nicht kennt, Mark Eggers und Stephen G., wie wir ihn so schön nennen, haben zusammen einen Song gemacht. Und der ist halt auf diesem, wie geht es, Quellkartoffeln und Dup Dup. Dup Dup. Was auch immer das heißt. Das ist Quark. Äh, soppe und wascht. Genau. Und danach haben die halt so Malle-Sachen gemacht. Also halt Sof Sof und ich glaube, die sangen vier Meter Bratwurst oder halben Meter Bratwurst und eine Säule zu viert und so und jeder. Ja, das ist ein herrlicher Song. I guess, aber ich meine, ist es nicht das, wie die Musikindustrie allgemein funktioniert, Bro? Also, man hatet da ja nicht auf dieses eine Szenario. Bei Malle-Songs halt. Bei Malle-Songs halt. Ich meine... Ja, aber die normale Musik funktioniert genauso. Dann nehmen die doch auch Songs. Ja, aber die nehmen doch nicht einfach die Melodie und dich in Andre Biotta drauf. Bro, passiert. Ja, aber okay, dann ist das so ein Feature, so wie, so wie, ähm, fucking Season Berlin City Girl von diesen... Ah, du meinst das so gesampelt mäßig? Dann ist es so aufs Ampe. Bro, es gibt auch umgekehrt. Es gibt das legendärste Beispiel, das ist auch, glaube ich, so selten, dass es das so rumgibt, dass es von Deutsch auf Englisch übersetzt wurde mit anderem Text. Und das ist bei diesem, was du Liebe nennst, von Bowser. Wirklich? Das gibt es von... Kennst du 24K Golden? Sag mal irgendwas, was das ist. Äh, ist halt ein Musiker. Okay. Und der hat, ähm... Ein Eis? Der ist so ein Magnum Mandel, 24K Golden, mit echtem Blattgold, knackt beim Reinbeißen. Äh, das war so Kino-Werbungsschiff. Ja, ja. So knackt das immer. Wenn die da so reinbeißen, dann knackt das so... Ja, noch nie hast du im Reelive so geknackt. Nee, nee. Ja, steckig. Nee, aber die haben den Song tatsächlich auf Englisch einfach übersetzt sozusagen. Also die haben natürlich die Rechte dafür wahrscheinlich. Aber das ist wirklich auch dieses... Wahrscheinlich? Nee, 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 nee. Und auch, also, ich sag mal, wie sagt man das? Es ist nicht so, dass die jetzt einfach den Beat genommen haben und einfach so ähnlich getextet haben, sondern es ist wirklich so, als hätte man es eins zu eins kopiert und nur die Wörter ausgetauscht mit englischen Wörtern. Aber die Pausen und so sind alle gleich. Give me more of that what you love call. No joke. Haben sie es so gesagt? Soll ich das mal raussuchen kurz? Also das ist halt... Aber vielleicht war das halt so ein... Ja, ich glaube, wir können es nicht abspielen. Ja, vielleicht haben die halt gesagt zu Bowser, ey, wir haben hier so... In Amerika würden wir gerne den Song rausbringen, wir finden das geil, was du gemacht hast. Neuen Text, da sagt Bowser, okay, gibt uns 10 Millionen. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Okay, es geht anscheinend auch um Liebe so, wie man rauskommt. Ja, ja, ja. Ja, dann ist das so ein... Wir haben euch das so mal weitergegeben. So wie wenn jetzt ein Amerikaner-Film in Deutsch neu synchronisiert wird. Aber nur backwards. Ja, aber das war nicht crazy. Crazy, gell? Weil wie oft passiert das so rum? Das passiert nicht so oft. Das ist interessant. Weißt du, wo ich auch drüber nachgedacht hab? Nee. Ist auch im Thema Musik, aber anderes... So... Anderer Part davon. Thema so Electro-Music. Ich glaube, da, Bro, werden wir von vorne bis hinten verarscht. Ich glaube, guck mal, wenn du jetzt so jemand bist wie... Sagen wir denn Skrillex oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt der das macht, aber so... Ist es nicht so ein No-Brainer? Guck mal, Skrillex ist ja... An irgendeinem Punkt bist du ja als DJ eigentlich... Oder als Künstler auch einfach... Klar, du machst gute Musik und so, aber du bist ja auch irgendwo einfach eine Brand. Klar, safe. Martin Garrix zum Beispiel. Ja, no joke. Hat sich mit Animals unsterblich gemacht. Möchte ich sein. Als Beispiel. Der Song ist so... No joke, das ist das Frechste, was elektronische Musik je hatte. Animals. Motherfucking Animals. Sagst du was? No joke, das ist auch so... Die muttergefickten Tiere. Der geht immer so auf www.randomgenerator.de und da lässt er sich ab so fünf random Wörter geben und das macht er dann einfach da in diese Spezfrau rein. Auf jeden Fall, ja, nehmen wir Martin Garrix. Ja, ja. Guck mal, Martin Garrix, wenn man jetzt hört, man ist jetzt so ein Radioatze. Äh, man hört viel Radio oder man hört viel so diese Spotify-Playlisten und so, dann sieht man so einen neuen Song von Martin Garrix, würde man auf jeden Fall eher hören, wenn das deine Musikrichtung ist, als jetzt von irgendwie DJ Max oder so, den du noch nie gehört hast. Checkst du, was ich meine? Safe. 100%ig, ist ja eine Brand, ne? Safe. Ganz normal, klassiker. Weißt ja, auf was du dich... Was man bekommst, so mäßig, genau. Ist ja auch bei Rap-Musik genauso. Wenn man da sieht, Drake-Song, jo, kling ich an, so mäßig. Wenn man Drake-Fight hat. Generell, weil du dich mit dem Künstler ja in irgendeiner Form auseinandergesetzt hast. I guess, ja, I guess. Und, ähm, es ist doch so simpel, dann als Martin Garrix zu sagen, das kann ja niemand, das ist ja nicht wie bei Drake oder so, wo man dann obvious Drake hört. Klar, Drake hat auch irgendwie Schreiber und so. Aber ich meine, ich könnte als Martin Garrix hingehen und, no joke, eine komplett fremde Person einen komplett fertigen Track machen lassen, Martin Garrix drauf stempeln, mir 50% vom Cut nehmen. So meinst du auf den? Pass auf, stell dir vor, ich bin Martin Garrix und du bist ein Abkomming-DJ. Ich komm zu dir und sag so, hey Bro, du hast keine Reichweite. Ich hab aber Reichweite und wir können einen geilen Deal machen. Du machst einen geilen Song. Ich krieg 50%, du kriegst 50%. Ich hab keine Arbeit, aber 50% Revenue. Du hast zwar nur 50% Revenue, aber der Track kriegt halt hundertmal so viel Aufmerksamkeit, wie er sonst bekommen würde. Aber was bringt es dem kleinen DJ? Keiner weiß, dass es von ihm ist. Naja, es bringt ihm halt für diese eine Situation mehr Cash. Weil sagen wir, pass auf, sagen wir, du bist jetzt noch ganz am Anfang deiner Karriere, hast 10.000 monatliche Hörer, aber du machst den Überbanger. Ja. Aber der würde, auch wenn er so ein bisschen für deine Verhältnisse viral geht, der würde 2 Millionen Plays bekommen, was ja schon big ist und so. Check it, check it. Du würdest 8K damit machen, so. Ich glaub, man kriegt für 1.000 Plays 4 Euro auf Spotify, roundabout. Ja? Ja, roundabout, roundabout. Okay. Und dann würdest du 8.000 Euro damit machen. Jetzt stell dir mal vor, ich als Martin Garrix, der so 50 Millionen Average auf jeden Track hat oder mehr, komm zu dir und sag so, oh Bro, wenn wir den bei mir hochladen, machen wir damit 200K, dann machst du 100K und ich mache 100K. Ja. Ist easy. Ja, ist easy. Bro, das passiert auch hundertprozentig, oder? Das muss doch passieren. Da hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Ich glaube, das ist genau wie es ist. Und weil ich ja meinte, was hat der kleine DJ davon? Aber er kann ja dann auch, er kann halt nach außen hin, weiß es keiner, right? Aber er kann ja intern in der Branche sagen, hey Leute, hättet ihr Bock auf, dass ich in das Studio kann oder mit dem zusammenzuarbeiten? Ich hab auch zum Beispiel den und den Track gemacht. Ja, oder? Das wird ja jetzt nichts, oder, oder, okay. Je nachdem, wenn es in der Branche so ein Ding ist, dass das auch dann Martin Garrix nicht will, dass das andere wissen, dann kannst du natürlich nicht machen. Aber vielleicht ist es so normal und du kannst sagen, ey, guck mal, ich hab für den da den Beat gemacht, da hab ich den kompletten Track, ehrlich gesagt, einfach gemacht. Unter uns, unter uns, ehrlich gesagt. Ey, kennst du auch dieses Animals, das war meine Idee. Und alle sagten, ja, Ruhe und so. Aber ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, nicht, dass es so ist, wie du gerade sagst, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es DJs oder halt so Producer eher, die halt auf dieses ganze Öffentlichkeitsding auch einfach vielleicht gar keine Lust haben, einfach nur in ihrer Kammer sitzen und einfach Big Bang machen wollen, ohne dass die rausgehen müssen, diese Shows spielen müssen, bla 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 und dann einfach wie so eine Art Ghost Producer zu Hause produzieren. Also, dass es Leute, deren Job ist es einfach, für Martin Garrix produzieren, für Robin Schulz produzieren, für Skrillex produzieren und dann einfach, dass die, also, ich weiß nicht, ob diese drei Künstler das jetzt, die habe ich jetzt random gekannt, aber die können einfach ihren Stempel, Robin Schulz, Martin Garrix und Skrillex drauf knallen und klar, er macht immer nur 50 Prozent, aber er muss sich nicht erst diesen Status aufbauen, den er vielleicht sogar nie erreichen würde, sondern kann einfach sich darauf konzentrieren, gute Tracks zu machen und die rauszuschleudern, you know? Das ist echt smart, da habe ich nie so drüber nachgedacht. Also, so ein bisschen wie jetzt vielleicht so jemand, der Texte schreibt, jemand, der Texte schreibt für den Drake oder so. Ja, seht, oder jemand, der, oder jemand, der, es gibt ja auch Arzt, die bauen Melodien für Drake zum Beispiel. Ja. So, also, klar, Leute, die bauen Beats, Leute, die bauen Melodien, Leute, die schreiben Text. Am Ende des Tages, Bruder, was macht da Drake? Ich habe das mal so mit einem Ohr, ich habe das mit einem Ohr so mitgehört, dass so diese ganz big Leute, die machen ab und zu so ein Camp oder halt so, ich denke nicht, dass die jetzt actually campen gehen, aber das heißt Camp, aber es wäre auch gerne, wenn die campen gehen würden. Ja, wäre mega schrecklich. Weißt du, dann mit so 20 Leuten, jeder hat so ein Zelt und so, dann stellen die so einen Kreis auf, aber die gehen halt irgendwie in so ein Hotel mit so 20 Leuten, dann haben die halt Art zu sagen. So ein Singer-Songwriter-Camp oder so. So, dann sagen die, ey, ich finde dich als Writer cool, hat er fünf Writer dabei, fünf Leute, die bauen Beats den ganzen Tag, fünf Leute, die machen Melodien den ganzen Tag, noch ein paar Leute, die die Regler drehen und hoch und dann kommt er halt dann hin und dann sieht er, okay, hier, geil, ey, der Text ist, lass den mal probieren, der Beat ist ganz geil, dank, stellt er sich hin, macht, los geht's. Ja, aber ich meine, ich finde es auch, das ist auch wild, das so abzutun, ne? Also so. Das ist nicht wirklich abzutun, aber ich meine, das ist ja. An irgendeinem Punkt ist es halt voll smart, Dinge auszustauschen und so. Natürlich, natürlich, du kannst ja trotzdem noch deine kreative, deine kreative Energie genau gleich benutzen, nur, nur du musst halt nicht mehr selber irgendwo sitzen. Du kannst auch so einem Guy sagen, ey, ändert das mal so und so, ich will das anders haben. Ja, genau, aber ich glaube jetzt, also ich glaube schon, das ist ein, ich glaube, das ist mehr so, dass man sich so eine Art Support holt und nicht, dass jemand das komplett abnimmt. In den meisten Fällen, in der Rap-Move. Weiß ich nicht, bro. Ich glaube nicht, dass ein Drake jetzt nicht involviert ist in den Prozess des Schreibens. Ich glaube aber auch, dass da halt vier, fünf Leute sitzen, die halt so, ihr sagt so, ey, ich brauche hier irgendwie auf 9mm Glizzy, brauche ich jetzt irgendwie einen kurzen Reim, hat mal jemand einen, so mäßig. Ja. So, oder, ey, ich möchte jetzt hier, ich habe so, in meinem Kopf habe ich diese Situation, da bin ich jetzt hier mit einer und die habe ich dann weggefickt in meinem Cabrio. So, wie verkacken wir das jetzt geil? Okay, okay, wahrscheinlich je nach Künstler unterschiedlich. Klar, klar, auf jeden Fall. Und man würde es sich wünschen, es wäre so, wie du sagst, bei allen. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele, die einfach sagen, bro, das und das würde gerne als Thema haben, schreib mal. Bruder, also das ist ja wirklich, also am einfachsten ist es ja wirklich bei generischer Popmusik. Da passiert es ja die ganze Zeit. Es gibt ja, ja, das ist auch das, da kenne ich auch Beispiele, wo es passiert ist. Kennst du diese Steuerung F-Doku oder irgendwie so eine, es gab mal irgendwie so eine von diesen Funk-Artsen, die haben mal so jemanden begleitet oder die wollten aus einem Rando, aus einem Rando-Reporter so einen Popmusiker machen in so zwei Wochen und dann haben die halt auch so, dann sind die auch an irgendeinem Punkt halt im Studio gewesen, wo dann irgendein Producer saß und dann kamen ein, zwei Leute, die haben dann die Texte gemacht und so und ich meine, klar, das war jetzt für die Kamera auch vielleicht etwas gestaged so, aber man hat schon so den Vibe gecatcht, wie das sonst auch abläuft, bro. Und das war halt wirklich so, ja, schau mal, ich habe hier so ein paar Reime, die kommen so voll geil, so ein bisschen sommerlich und dann liest die einfach das auf, was die sich halt schon so notiert hat oder so, also so kommen die schon da rein. Dann sagst du, ja, okay, lass doch vielleicht ein bisschen das mehr auf das und das. Dann sagt die, okay, halbe Stunde macht die, bumm, Text fertig. Ja, normal, manche sind so crazy da drin, ne? Aber deswegen sind die Texte ja halt auch so generisch, weil wenn ich was für dich schreibe, bro, ich kann ja nicht irgendwas Emotionales, wenn du was erzählen willst aus deinem Leben, was ich, weißt du so, das kann jemand anders gar nicht machen für dich. Ich glaube, ich meine, Drakes Texte sind jetzt auch nicht super crazy persönlich immer, aber so. Die alten. Ich glaube, da sind schon Texte, wo er involviert ist, relativ wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber man darf auch nicht vergessen, bro, wenn du dir Leute ins Boot holst, gibst du halt Prozente von deinem Track ab, most of the time. Also je nachdem, welche Deals du halt machst, es gibt auch welche, die werden einfach nach Stunde bezahlt, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es viel häufiger so, dass die Leute dann ein Percentage bekommen an einem Track und gerade wahrscheinlich in so Popmusik, wenn du dann halt alles machen lässt, alles outsourcest, Bruder, dann verdienst du mit diesem Song fast gar nichts. Also dann ist es viel... Also wie viele Prozente gibt man da dann? Ja, was heißt... Ich denke jetzt an so, der Guy, der die Lyrics macht 3% oder so. Nein, Bruder, das ist teilweise so 50% und so ein Shit. Was? Es kommt halt drauf an, aber wenn ich das richtig verstanden habe, es sind sehr hohe Percentages, die da drin sind. Bro, aber das fucking Max Mustermann oder hier so die Textschreiberin aus dieser Doku, das sich hinsetzt mit ihrem fetten Arsch und mir dann so sagt, hey, lass mal was reiben auf Sonne. Sonne, ich bin voller One und jetzt kriegt die 50%. Ja, aber pass auf, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir bei dem Ghost Producer-Ding waren. Stell dir vor, du bist jetzt ein Künstler. Sagen wir mal, du bist jetzt, nennst du mal einen Pop-Artist aus Deutschland? Mark Forster. Du bist Mark Forster, okay. Und du hast jetzt mal, Mark Forster hat jetzt seit einem Jahr keinen Crazy Hit gemacht, aber da kommt jetzt der Typ, der hat irgendwie... Too real? Also als Beispiel. Ja, hast du die letzten 30 Jahre keinen Hit mehr gemacht, so? Ey, schau doch, Mark Forster. Ich glaube, der ist Noto richtig korrekt, Mann. Ja, safe. Komm mal vorbei, da geht was los. Ey, boah, das ist so geil. Mark Forster-Podcast wäre krass. Aber jetzt stell dir vor... Du willst doch Prozente kriegen. Mark Forster hat jetzt als Beispiel noch ein Jahr oder so, hat er keinen geilen Track gemacht. So, jetzt kommt aber der Typ, der hat irgendwie Satellite für Berliner Mayer-Landhut geschrieben. Dann hat er irgendwie Chöre geschrieben, auch für Mark Forster. Und dann hat er noch irgendwie... Einer von 80 Millionen. Einer von 80 Millionen für... Auch Mark Forster. Ja? Ja, safe, oder? Und dann noch irgendwie für Andreas Bujupi oder wie der heißt, hat er auch noch eingeschrieben. Von DSDS, die da wo man sagt. Keine Hand. Liebe Grüße. Ja, Andres Burani, meinst du? Ja, den. Ich baue eine Stadt für dich. Ist das der? Vielleicht ist das nochmal jemand anders. Ja, ist egal. Scheiß auf euch. Scheiß auf euch. Die Katze nicht alle frangen. Scheiß auf jeden Sänger, der Andreas heißt. No joke. Junge, chill, mein Vater heißt Andreas. Ist er ein Sänger, Bro? Nein. Ja, also. Ja, gut, hast recht. Dann scheiß auf alle Leute, die Andreas heißen. Sagt mir einen coolen Andreas, Sänger. Ja, Schachmatt. Heißt nicht einer von ApeCram, Andreas? Digga, das ist André. Ach so. Bro. Ja, das ist doch eine Kurzfahrzeug von André. Ja, aber was ich sagen wollte. Stell dir vor, jetzt kommt halt dieser Typ rein, der hat halt Chöre geschrieben, Satellite und dann hat er mir noch, Andreas Boyuki hat dann noch irgendwie einer von 80 Chören geschrieben, so. Und jetzt kommt er da rein und sagt so, hey Bro, ich nehm 50 Prozent, aber die letzten 10 Tracks, die ich geschrieben hab, und die letzten 10 Melodien sind alle Top 10 gegangen. Und dann kommt wieder der Punkt, so ein Mark Forster macht dann damit, vielleicht mit den Spotify-Einnahmen oder mit den GEMA-Einnahmen. Klar nimmt er da vielleicht dann irgendwie 50 Prozent Cut oder so, nur oder weniger, aber er kann damit auf Tour gehen, Bro, ist im Gespräch, die anderen Songs poppen wieder. Verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt jemand sagt, hey Bro, ich könnte dir auf unsere Branche gemünzt, das funktioniert bei uns nicht so, aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und würde sagen, hey Bro, ich hab einen garantierten Stream für dich, dann würdest du 10.000 Viewer haben. Keiner, du hast vielleicht sonst so 2K oder so 1K und jemand würde zu dir kommen, du hast 10K-Viewer, ich nehm dafür aber 50 Prozent, würdest du doch machen, wenn es jetzt für einen Stream wäre oder für eine Woche wäre. Interesting. 100 Prozent, ich würde mal machen. Ich glaube, diesen Job wird es bald geben. Okay. No joke. Aber das ist jetzt ein kurzer anderer Talk. Aber wenn ich so gerade drüber nachdenke, wie du das sagst, Bro, ich glaube, jetzt, wo wir bei so Livestreaming an einem Punkt angekommen sind, wo wirklich, keine Ahnung, oder vielleicht ist das auch so ein Bubble-Gedanke, aber wo wirklich halt Events und Special-Sachen wichtig sind und es wir immer ... Also du meinst, dass man als Streamer so ab und zu mal so ein Event kostet? Genau, also so Big-Events, aber halt auch kleinere oder halt, dass du im Streamen halt so diese Highlights-Sachen hast, wie, keine Ahnung, ich check Talente aus, Bro, weißt du, oder dein Rap-Battle oder diese Geschichten. Und je mehr man das macht, also je mehr Leute das immer machen und immer öfter und so, desto normaler wird das ja irgendwie, weißt du, du musst dich dann immer wieder neu von der Masse abheben. Und ich glaube, wenn dann irgendwann Atzen gibt, die sagen, hör zu, Digga, ich hab hier eine Idee, aber ist das vielleicht nicht jetzt schon so? Ich meine, es gibt auch jetzt schon so Atzen, die vielleicht zu so einem Amar kommen und sagen, hör zu, so und so. Ja, oder ich glaube, das beste Beispiel ist Seven vs. Wild. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja auch diese zwei Atzen, also ... Diese Orga-Atzen. Seven vs. Wild ist ja nicht nur Fritz Meineke, das ist ja nur aus seinem Channel gehostet, es gibt ja Leute, die mitverdienen an dem Ganzen. Ja. Ich dachte am Anfang, dass das ein Motz von ihm oder so. Ich weiß nicht, wie viel da Public ist, deswegen, also ich hab da ein bisschen mehr, glaube ich, Insights, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Public alles. Ja, aber Fritz wird da erpresst und verdient gar nichts an dem Format. Ja, das auch nicht, aber so. Aber er wird das ja hören, der Film ja. Ich hab mit Dave halt drüber gesprochen und Dave hat mir halt so gesagt, wie das halt deine Sache gesagt ist. Ja, Dave hat mir ... Übrigens, Leute, weil immer viele nachfragen, bei dir vielleicht auch, wir haben noch nichts gehört von unserer Nachnominierung. Ich hab auch langsam das Gefühl, das wird nichts mehr. Ja, kann sein, Bro. Ich beschleife da langsam so ein Gefühl, Bro. Ja, maybe. Aber so, bei Seven vs. White ist ja auch so, da kamen die ja zu ihm hin und meinten so, hey, wir haben eine krasse Idee oder ich weiß nicht, oder er hat es geäußert. Auf jeden Fall, also weißt du, was ich meine, da kamen ja auch Leute mit einer Format-Idee zu einem YouTuber und meinten so, hey, Bro, wir haben alles, was wir dafür brauchen, es würde so und so viel kosten, wir nehmen uns den und den Cut, du hast ein Baba-Format auf deinem Channel. Digga, und selbst wenn Fritz Meineke ein Fünftel der Ad-Revenue und des Gewinns, sag ich mal einfach, am Ende des Tages mitnimmt, wäre es mega worth, einmal pro Jahr Seven vs. White zu machen. 100 Prozent. Weil es deinen Channel insane ins Rampen liegt. Ja, natürlich, und weil es, was so alles, das ... Soll ich jetzt kurz, muss kurz chillen. Weil das alles, was du das restliche Jahr machst, ja auch boostet. Profited. Obviously. Ja, 100 Prozent. Ja, also gut, okay, fair. Ja, gibt's schon, wird wahrscheinlich einfach mehr werden, glaube ich. Vielleicht, ja. Hörst du, ich hab ne Idee. Das wäre doch übel crazy. Ja, also wie gesagt, wenn jetzt immer zu mir kommen würde und würde sagen, hey, Bro, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie 50.000 Zuschauer, hast du so normal, ich hab jetzt ne Banger-Idee, da würdest du für eine Woche lang 30.000 Zuschauer haben, ich nehm aber 50 Prozent des Cuts. Okay, 50 Prozent des Wilds, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt die Donations und Subs steigert, weißt du, wie ich meine, aber ich würde auf jeden Fall drüber nachdenken, was zu tun. Und das würde meinem Channel wahrscheinlich gut tun. Ey, du wirst das lachen, Bro, aber ich hätt so ne Idee, da würde ich dann 50 Prozent wollen. Ja. Und das ist aber halt so ein Ding, dass ich die Idee quasi erst raushau, wenn ich bezahlt wurde. Also ich werde voraus bezahlt. Okay, okay. So ein Ding ist das halt. Aber es wird wirklich, du willst locker 200.000, 300.000 Zuschauer haben. Boah. No joke. No joke. Wow. Für 200.000 Zuschauer würde ich 50 Prozent Cut geben, auf jeden Fall. Für 230.000 würdest du auch 100 Prozent Cut geben, Bro. Ja. Ja, für eine Woche. Okay, reden wir nachher. Bro, ich würde 200.000 nehmen und mich absetzen in den Dschungeln, Bruder. Und du würdest von denen nichts hören, Alter. Leute, zahlt nie im Voraus an irgendwas. Das ist schon mal eine Empfehlung der Woche. Ich hab, du wirst es nicht fassen, ich habe eine Empfehlung von dir mir angehört. Es war ein Podcast. Jetzt scheiß ich mir in die Hose. Warte. Es sind die Darknet Diaries. Ja. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Ja, ich bin in deinem Kopf trotzdem. Ja, ich hab mir Darknet Diaries angehört, das ist ein Podcast, wo die immer so irgendwelche Hacker einladen oder so Leute, die halt ein Darknet Marketplace hatten oder so. Warum fährst du mich an, Juni? Weil ich dir kurz was sagen möchte. Wie viele Folgen hast du angehört? Zwei. Okay, ich finde den Anfang von ihm geil, wenn er nicht diese Werbung macht, weil in den neuen Folgen macht er so voll viel Werbung. Am Anfang immer, das fuckt irgendwie voll diese Gruselstimmung ab. Ja, ich verstehe. Aber das eigentliche Intro ist so eine gruselige Musik. Das gibt's immer und dann kommt die Werbung. Dieses dumm, dumm, dumm. Und dann sagt er so, this is Darknet Diaries oder so. Genau, this is Darknet Diaries. I'm Jack Recider. Und dann kommt nochmal so dumm, dumm, dumm. Und dann ist es kurz still. Und dann ist normalerweise, fängt dann die Folge an, dass er so sagt, am 1. April 1989 ging Manuel von Wien, ein ganz normaler Mann, zur Arbeit. Doch was er dann auf seinem PC bemerkte, war ein fucking Virus. Ja, genau. Es ist so ein bisschen auf so True-Crime-Basis. Und es ist ja auch oft True-Crime. Also es sind halt echte Kriminalfälle meistens oder echte Sachen. Also zum Beispiel habe ich mir jemanden angehört, der ist jetzt gerade, glaube ich, irgendwie im Knast oder kam kurz raus oder so vor kurzem. Und der hatte halt einen Darknet Marketplace und so. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ist ein guter Podcast, sehr empfehlenswert. Ist meine Empfehlung der Woche. Einfach nochmal als Unterstützung. Ich habe jetzt deine Empfehlung gekauft. Ich weiß nicht, ob das rechtlich geht. Doch, das geht. Ich möchte nochmal bestätigen, wie geil der Podcast ist. Okay, hört den an. Darknet Diaries auf Spotify. Vor allem die Folgen, wo er so Leute da hat, die so in Banken einbrechen und so Pentesting machen und so. Hast du die physisch da reingehört. Okay, das habe ich noch nicht gehört. Ja, heute ist alles geil. Ist sehr geil auf jeden Fall. Was ich dich jetzt fragen würde, okay. Okay, wenn du jetzt, du hast jetzt 10 Millionen Bitcoin, wie würdest du dieses Geld waschen und zu Bargeld machen, dass du damit was machen kannst? Rein hypothetisch. Rein hypothetisch. Nein, aber for free, weil, also ich sage dir ganz kurz, warum ich darauf komme. Ich habe 10 Millionen Bitcoin, die liegen rum, die habe ich. Du hast 10 Millionen Bitcoin, die sind auf irgendeinem Wallet oder so. Aber warum musst du die überhaupt waschen? Du kannst ja nicht alles mit Bitcoin bezahlen. Du willst jetzt eine Immo kaufen. Das nennt man nicht waschen Bargeld, dann musst du einfach fragen, wie zahlst du es aus? Okay, aber wie zahlst du es aus, ohne dass du es steuern zahlen musst? Okay, das ist der Twist. Naja, also, beziehungsweise, wir kommen jetzt von dem Gedanken, jemand hat einen Drogenmarktplatz im Darknet, wo Leute mit Bitcoin bezahlen und du nimmst für jede Transaktion 5% Cut. Als Beispiel. Und jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, im Monat werden etliche Kilogramm, Tonnen Weed oder sowas werden da halt verkauft. Du kriegst 5% Cut. Im Monat machst du eine halbe Mille. Hat sich jetzt 10 Millionen angesammelt. Du kannst jetzt nicht einfach auszahlen, weil dann sagt das Finanzamt, hey, Entschuldigung, Herr Mayer, wo sind denn die 10 Millionen auf einmal hergekommen? So, wo kommt denn die her? Du musst ja alles nach, du kannst nicht sagen, hey, ja, Leute, ich habe hier einen Drogenmarktplatz, ich zahle jetzt 50% Steuern und gut ist. Du musst es dann ja auch komplett am Finanzamt vorbeitragen. Ist das so schwierig? Genau, das ist jetzt das Ding. Wie wirst du es machen? Also, ich glaube, also, ich bin, also, ich sage mal, im Thema Steuerrecht und Steuerfahndungsrecht und so, bin ich jetzt sehr, sehr wenig nur eingelesen. Fast bis gar nicht, würde ich fast sagen. Also, mein komplettes Wissen dazu stammt eigentlich aus der Netflix-Serie Suits, würde ich sagen. Wirst du sagen, das ist ausreichend? Da gibt es halt den Charakter Louis Litt und, der ist ein geiler Name, oder auch? Louis Litt. Ja, das ist wahr. Und der ist halt der Finanzexperte da und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen mit einem Ohr zugehört, was der da so sagt. Finde ich gut, dass du es gerade nochmal so gezeigt hast mit dem Ohr. Mit einem, mit dem Linken, mit einem Ohr, der mir zugehört. Ich glaube, ich würde es einfach über Ausland ganz entspannt machen. Also, hör zu. Ja, aber, okay. Hör zu. Ich verlege meinen Hauptwohnsitz in ein Land, das, sag ich mal, mit Thema Auslieferung relativ entspannt umgeht. Zum Beispiel die Cayman-Inseln. Okay. Oder Mauritius. Nee. Ich weiß nicht, aber... Malta, meine ich. Aber du gehst in so ein Abfahrtland, wo nicht wahrscheinlich eine Polizeistation gibt. Da gehst du hin. Auf dem Papier. Wohnst du dort fulltime und hast auch deinen Firmensitz. So, jetzt wird es interessant. Ja? Dein Firmensitz auch. Grunde ist irgendein fucking Holding für irgendwas. Ja. Wir sind da. Für Emos oder so. Ja, man verkaufst Mais oder so. Ja. Actually, geiles Business. Würde ich dann auch in echt machen. Ich wäre so jemand, der so im Prozess von, ich will eigentlich die Bitcoin-Sachen waschen, auf einmal so merkt, von Mais-Business ist auch geil. Und auf einmal so sagt, scheiße, die Bitcoin, ich verkaufe jetzt Mais. Ich verkaufe jetzt Mais auf Marien. Würde so ein Faken, dieses Auffachen, Digga. Auf einmal machst du Mais drauf. Und zwar ernst, aber nee, weißt du. Nee, aber ich würde dann halt dort irgendeine Scheinfirma öffnen, die wo man aber jetzt halt nichts merkt. Das glückt das Land nicht. Du zahlst dann Steuern und Shit. Diese Firma, ähm, diese Firma hat Zugriff auf das Wallet und zieht sich einfach alles da raus, was die wollen. Weil in dem Land gibt es auch keine Steuererklärungen. Oder die faken wir halt. Also, no joke, mein kompletter Plan beruht darauf, dass es ein Land gibt, das nicht juckt. Okay, aber du darfst nicht vergessen, du musst jetzt auch so denken, du bist jetzt nicht irgendwer. Es ist nicht so schwer. Sondern du bist der Typ, wo die Leute suchen dich, weil du hast einen Darknet-Marktplatz. Und so legit FBI, Bro, fucking, äh, wie heißen die deutschen, ähm, was willst du? Was willst du? BKA oder so. BKA, ja. Ja. Äh, weiß ich nicht, Europol. Alles suchen dich. Ja. Okay, weil du bist so mäßig der schlimmste Abfucker. Ja, okay, aber dann hast du doch eh schon verloren. Ja, aber wie würdest du es machen, damit es am meisten sich kürzt? Und ich habe das Gefühl, dein Way würde auffallen. Ja, meiner wäre es so ein entspannter halt. Ja, Bro, du bist halt ein Krimineller, Digga. Ja, aber das will ich. Du kannst dich einfach den entspanntesten Weg finden. Aber ich würde es nicht gern sein wollen. Ich auch nicht. Deswegen frage ich ja einfach so hypothetisch gesehen, wie du es machen würdest. Ja, okay, okay, warte. Also das heißt, wir sind auf der Flucht. Ich sage dir das kurz, bevor du das. Ja? Bist du drinnen? Gehst du gerade in die Rolle rein? Ich muss dir überlegen. Ja, also was ich interessant fand, in der Folge, die ich gehört habe, war es halt, wie gesagt, ein Typ, der einen Marktplatz hatte. Der hat es so gemacht. Es gab einen Typen, dem überweist du deine Bitcoin mit, ich glaube, 15% Cut oder so, in der sich, oder 10%, was natürlich viel ist. Aber dafür schickt er dir Bargeld an deine Adresse. Per Post. Aber jetzt der Twist. Der Typ wurde hochgenommen und meinte nie so, hey, entweder du gehst 10 Jahre in den Knast oder wir haben eine alternative Option. Du snitcht jeden, mit dem du zusammengearbeitet hast und arbeitest für uns. Und das hat er gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist fast meine Methode noch smarter, als ein fucking Typ das Bargeld schicken zu lassen, Bro. Ja, das fand ich auch. Weiß ich nicht. Das habe ich das Gefühl, je nachdem, wo der halt sitzt und von wo er das schickt, so, wohin, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr auffällig potenziell. Schwierig. Ich glaube, das Smarteste ist da wirklich irgendwie über so viele Ecken das gehen zu lassen. Du brauchst halt, sagen wir, du hast 10 Leute, denen du 100% vertraust. Gibt es nicht. Es gibt niemanden, denen du 100% vertraust. Wenn du jedem eine Million gibst, vertraust du nicht jedem 100%. Das geht nicht. Du könntest 10 Leute nennen, denen du zu 100% vertraust, eine Million Euro zu geben. Und das ist Criminal Money, Blood Money. Und die dürfen nicht snitchen, niemals. Ich würde keine 10 Leute nennen. Familie? Ja, aber ich könnte 3 Leute nennen. Ich hätte jetzt fast dich genannt, aber in einer der letzten Folgen habe ich dich mal gefragt, würdest du mir helfen, wenn ich jemanden umbringe? Oder hast du gesagt, du würdest die Polizei rufen? Deswegen glaube ich, würde ich dich nicht nennen. Oder ich erpresse euch halt einfach alle. Ich suche von jedem ein Geheimnis raus. Und dann sage ich... Es gibt nicht einfach ein Buch, wo Geheimnisse drinstehen. Bro, so funktioniert das nicht. Bro, okay, hör zu. Ich hole mir Privat... Wie genau willst du es wissen, Alter? Ich kann nicht mein ganzes Firmengeheimnis hier verraten. Ich hole mir Privatdetektiv. Lass für jeden einen Leiche im Keller raussuchen. Keine Ahnung. Du hast mal da und da vergessen, Steuern zu zahlen. Sag ich, wenn du es nicht erzählst, ich fick dich, wenn du nicht machst, wie ich sag. Dann Lena hat mal irgendwie jemanden überfahren, nachts besoffen oder so. Ist ein Planspiel, ist nicht echt. Stell dir vor, Nico schneidet das einfach ohne Kontext an den Anfragen. Keine Ahnung, Bro. Tim hat mal irgendwie... Hat mal schon mal für jemand anderes Drogen geschmuggelt oder so. Aber weißt du, und dann suche ich für jeden was raus. Erpresst die Leute oder ich vertraue denen sowieso schon. So, jeden setzt du jetzt ein als einen Mittelsmann und jeder kriegt auch eine eigene Firma, so eine Holding oder so. Der eine in Malta hat er eine Cayman. Und dann... Lass mich noch mal abcatchen. Man hat jetzt quasi 10 Millionen auf 10 Leute aufgeteilt und jeder macht eine Firma auf. Genau, jeder macht eine Firma auf. So, ich denke das gerade on the spot. Das kannst du halt noch kleine Logiklücken haben natürlich, wo ich noch fein nochmal nacharbeiten müsste. Aber dann hast du irgendwie schon mal so eine unfassbar komplizierte Struktur, weil so diese eine handelt mit der und dann... Also du brauchst quasi ein Konstrukt an Firmen, die legit Work machen. Zum Beispiel sowas wie eine Pornside oder so. Ich weiß nicht, worauf es mir einfällt, aber zum Beispiel... Weil ich hab das mal über eine Doku... Ich glaub Pornside ist actually nicht so bad, weil man kann da Geld aufladen mit Bitcoin teilweise. Und ich glaube, dann hätte man wieder diesen Kreis, wenn man dann das auf super viele Wallets spreadet, dann wiederum da reinpackt. Dann muss man nur irgendwie vielleicht so ein paar irgendwie Fake-Girls upsetten oder man sagt einfach, ja da kam einfach diese Art Donation. Also weißt du, vielleicht hat man da einfach 50% Donations, die reinkamen. Macht man so unter der Hand. So wie ein Dönerladen wahrscheinlich auch. So wie ein China-Restaurant oder so. Ja genau, so wie ein Dönerbruder so mäßig. Ja, also ich glaube, das Beste wäre quasi das so zu machen, dass zum Beispiel eine Firma hast, die macht eine Pornside. Dann hast du eine andere Firma, die bietet irgendwas anderes an. Aber wo du, das ist actually ein guter Call, sag mal mal, in den meisten Firmen kannst, ist es irgendeine Dienstleistung oder so von diesen 10 Firmen, sind 5 Firmen, die Dienstleistungen anbieten, kannst alle mit Bitcoin sogar bezahlen, right? So und die anderen Firmen sind einfach so, die benutzen wir nur zur Verwirrung als Strohfirmen. Zum Beispiel, das ist dann eine IT-Firma und die Pornside bucht dann die, um denen ein neues Feature einzubauen und dann kostet das 3 Millionen. Woher kommt das Geld, weiß keiner mehr. Die Firma hat das Geld von der anderen Firma, weil die machen fucking Putzfilme. Boah, ganz kurz, machst du das schon, Digga? Das ist eine smarte Frage. Weißt du so, und dann, weil das war so ein bisschen bei diesem X-Hamster-Arzten, also den wir versucht haben, so eine Doktor zu finden, der hatte so 8 verschiedene Firmen und dann so, jede holt von jeder irgendwas mal so und dann, Bro, wenn du dann, wenn dann die Cops mal ein Wallet nehmen oder ein, oder ein so, sozusagen, diese Transaction, wo, dann sag ich, keine Ahnung, wo kommt das der, was weiß ich, ja? Der ist vorher schon siebenmal hier im Kreis gelaufen. Und du, aber wie du es dir dann auszahlt hast, das ist der einzige Schritt, wo ich nicht ganz genau weiß. Ja, doch, dann musst du dir einfach, dann zahlst du quasi, dann ist es einfach dein, du bist dann Chef von der Pornfirma oder so. Du musst halt Chef von einer Firma sein, du darfst halt nicht, der X-Hamster-Mann hat den Fehler gemacht, dass er bei zu vielen anderen von seinen Strohfirmen auch eingetragen war irgendwie. Wahrscheinlich, weil er nicht vertraut hat und Kontrolle haben wollte. Vielleicht. Das ist halt das Ding, du musst nur in einer Firma drin sein, dass die anderen das gar nicht unbedingt finden können über deinen Namen in so Registern und da zahlst du dir dann halt einfach ein CEO-Gehalt aus. Ja, oder halt auf dann irgendwie so, auf so richtig kriminell gesehen, dass man den CEOs so sagt, gib mir 50% von deinem versteuerten Geld, bar, in die Hand. Aber das fällt auch auf Dauer. Ja, aber sowas würde ich gar nicht machen, Bro. Das fällt auch auf Dauer auf, Bro. Sowas würde ich gar nicht machen. Ich würde wirklich dann versuchen, so ein bisschen, hast du Breaking Bad geschaut? Eben ein bisschen, ja. Vierte Staffel. Hast du schon diesen Gustavo Fring gesehen, der Besitzer von diesem Poyos Hermanos? Ach, der ist so lange her, ich glaube schon, ja. Also dieser Chicken-Shop-Besitzer, der macht ja auch, Leute, jetzt Spoiler, aber wenn ihr jetzt nicht Breaking Bad gesehen habt, dann werdet ihr es ja auch wahrscheinlich nicht wieder angucken, denke ich. Schau dich das bitte an einfach. Hört jetzt die Ohren zu, wenn ihr es nicht wissen wollt. Wir zeigen einen Daumen, wenn es vorbei ist. Der hat ja auch ein unfassbares Drogenimperium im Untergrund und diese Poyos Hermanos-Filialen, diese KFC-mäßigen, sind ja einfach Deckung dafür. Es ist ein Deckmantel. Aber, also halt sehr kompliziert. Würdest du sagen, es gibt dann also da Chicken im Deckmantel? Ja, warum ist das? Chicken im Teig? Naja, man sagt doch Chicken im Teigmantel. Egal, mach einfach weiter, der war Scheiße. Mach einfach weiter. Aber er führt das halt so präzise, dieses Chicken-Ding, und auch richtig ernst. Also so, er will nie, dass diese beiden Businesses sich vermischen. Also er hat Ledshit-Businesses, die er benutzt zum Geld waschen und so Shit. Und er hat halt Businesses für seinen Drogen-Shit. Und es gibt so Folgen, er ist ja richtig sauer, weil irgendwie ein anderes Kartell oder so kommt da hin und will da bei seinem Chicken. Er sagt, er verpisst euch, ich knall dich alle ab. Dies ist ein Chicken-Shop und ich will nicht, dass irgendeine einzige Spur von euren anderen Scheiße hier hinführen kann. Weil es so richtig, er macht das so richtig präzise, du brauchst das so einen richtigen Allmann, der das so richtig so durchzieht. Der sagt, wir haben einmal diesen kriminellen Step, dass diese Bitcoins mit Drogengeld hier hingekommen sind. Und ab diesem Punkt machen wir das wirklich so korrekt, wie es nur geht. Und dann schleusen wir es trotzdem in einem Kreis hier rum. Jetzt habe ich richtig Bock, das zu machen. Wollen wir das machen? Ich wäre so gerne mal kriminell, aber es müsste so, also Nojo, wenn man so einen Checkpoint machen könnte, dann würde ich ihn hier machen. Und dann würde ich mal so für fünf Jahre kriminell sein. Und dann so Drogen im Darknet verkaufen oder so. Und dann einfach jederzeit wieder zurück gehen. Ja, so gar nicht jetzt wegen diesem, boah, ich finde es voll gut, Drogen zu verkaufen. Aber ich finde einfach den Reiz, im Darknet es schaffen, einen Shop aufzumachen, der dann auch so bekannt ist und, weißt du so, dich gegen die anderen Shops durchzusetzen und so, das hat irgendwie was Geiles. Ja, ja, genau. Was Spannendes. Ja, ich würde es nie machen, weil, ob wir es Drogen verkaufen, das ist jetzt nicht so mega Pogchamp. Nee. Ich habe keinen Bock, kriminell zu sein, ich habe keinen Bock auf Knast. Also so, ne, so ist, klar, man macht es im Real Life nicht, aber so, so, es ist wie so ein Videospiel dann. Checkst du, was ich meine? Hm. Wenn man diesen Checkpoint machen könnte, ab dem Punkt wäre es wie ein Videospiel einfach. Ja. Und, aber wenn du so erschossen wirst, wirst du erschossen, right? Nee, wenn du erschossen wirst, dann wäre es so, du kommst dann wieder hierher. Ah, ja gut, dann würde ich alles machen, Bro. Dann würde ich auch mal fünf Jahre sagen, ich gehe mal auf den Mars oder so, wenn es einen Checkpoint gibt. Wie, das ist aber nicht kriminell. Nee, aber lebensgefährlich. Achso. Dann würde ich auch, Bro, wenn ich einen Checkpoint hätte, dann würde ich jeden Tag so kranke Scheiße machen, dann würde ich heute einfach bei fucking Tschernobyl unten reinlaufen und gucken. Dann sterbe ich von der Radiation, komm wieder her. Nächsten Tag laufe ich woanders rein. Nein, 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 nein. Ich laufe jeden Tag in ein Atomkraftwerk. Das ist nur One-Time-Use. Achso, okay. Du kannst diesen Checkpoint nur einmal nutzen. Boah, also erst mal zwei Sachen. Ich möchte einmal in den Kommentaren lesen, wie würdet ihr jetzt 10 Millionen Bitcoin waschen? Ja, hypothetisch. Hypothetisch. Ich weiß nicht, ob man da schon Stress mit BKA bekommt, wenn man jetzt so 20.000 Leute anweist, dass sie da so die besten Rezepte machen. Ja, okay, machen wir nicht, machen wir nicht. Ja, schreibt halt heimlich. Aber rein hypothetisch. Nee, die sollen das so verdeckt schreiben. Wie würdet ihr, ja, schreibt es so mit dieser, wie heißt diese? Mit dem Hühnchen-Ding. Macht mit Löffelsprache. Bibidi-Bubbel. Das würde mich interessieren und. Wie sollt ihr das jemals entschlüsseln, unmöglich? Ichi, Bibi-Bitcoin-Lie, Pfeffer-Kaufi. Geht die Lust auf die Löffelsprache? Ich habe keine Ahnung, ich habe das nie gekonnt. Ich weiß, dass sie existiert. Okay. Ähm, und schreibt mal rein, wenn ihr ein Checkpoint machen könntet, jetzt. Und man könntet nur einmal, im Grunde wie so ein Totem in Minecraft, man könnte aber nur einmal zurück wieder zu diesem Spot. Danach ist es weg. Was würdet ihr machen? Das würde mich ehrlich interessieren. Crazy. Aber also, wie gesagt, bei ihm war es so, der ist aufgeflogen am Ende bei diesem Verkäufer, was ich erzählt habe, weil der Typ gesnitscht hat und er hat es mit seiner Cousine zusammen gemacht, die sollte die Pakete wegbringen und die hatten gesagt, dass sie immer einen Absender draufschreiben. Also immer drei Pakete kriegen einen neuen Absender. Dann die nächsten drei Pakete kriegen wieder neun Absender und so weiter. Und dann immer diese Dreiergruppe Pakete geht an eine Paketstation und dann ist die Paketstation für mindestens ein halbes Jahr, also da werden keine Pakete verschickt drüber. Ja, ja. Und dann gehen die zum nächsten, machen da und so und seine Cousine war am Ende zu faul und hat dann manchmal einfach 16 Pakete bei einem Ding abgegeben. Bro. Und dann ist es halt aufgefallen, wenn du halt 16 Pakete mit fünf unterschiedlichen Rücksenderadressen hast, dann fällt es halt auf, you know. Und dann haben die irgendwann das Paket aufgeschnitten und dann waren da halt Drogen drin, Koks oder so. Aber meinst du, so ein Postbot hat das gemerkt oder schon so die Cops, die das haben... Nee, die Cops glaube ich schon. Crazy. Also ich finde seine Technik voll smart, dass du sagst, voll wenig und wir wechseln dann immer voll viel durch und so. Aber klar, es ist halt übelst viel Arbeit. Guck, und das ist das, was ich meine. An dieser Stelle, wo die Cousine reingeschissen hat, weil die wahrscheinlich war die irgendwann, am Anfang war das noch aufregend, irgendwann war die dann so im Alltag, dass sie so gesagt hat, ey, keine Ahnung, ich hab keinen Bock, ich will heute Abend mit meinen Freunden ein Ding, ich hab wieder Quahete von dem Arschloch bekommen da irgendwie, ne. Hau ich einfach rein, wird schon passen. Irgendwann wirst du locker im Kopf, dann machst du Fehler und da brauchst du so diesen Turbo-Alman Gustavo Fring, der dann sich trotzdem noch am 300. Millionsten Jahr, wo du das schon durchziehst, trotzdem noch jeden Tag die Krawatte einmal so festmacht und sagt, wir führen jetzt dieses Chicken-Business, verfickte Scheiße, weißt du, wie ich meine, und nicht nachlässig wird. Ja, auf jeden Fall. Er meinte auch, am Anfang war er sauer auf seine Cousine und dann war er sauer auf sich selber, weil er es nicht gut gesupervised hat. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde. Überwacht. Überwacht, ja genau, also er hat sie nicht genug überwacht, er hat sie nicht genug geleitet, so mäßig. Aber warum hat er keine Zeit gehabt, Pakete selber wegzubringen? Das hab ich auch nicht, ich glaube, weil er war mit dem Paket verpacken beschäftigt, weil das war der krassere Part. Weil er meinte immer, dass wenn Fingerabdrücke von seiner Cousine aus einem Paket sind, ja Bro, also du hast halt Fingerabdrücke an einem Paket. Kann halt ein Anwalt dich rauslabern. Ja, also, ne, aber wenn in dem Paket, in dem dritten inneren Beutel des Kokspaketes ein Fingerabdrücke ist, da bist du gefehlt. Da bist du am Arsch. Ja, so und ich glaube, darum ging es. Also der war halt da beschäftigt mit den Sachen verpacken. Man hat da irgendwie so eine ganz komische, ich muss schon was sagen, Begeisterung für so Leute, die sowas irgendwie, also nicht Begeisterung, aber so, ich finde das so faszinierend, der Shiny Flakes hat sie ja genauso. Ja. Man schaut sich diese Dokus an und denkt so, dicker, wie crazy. Aber man denkt auch immer, ah, dicker, so dumm, das hättest du anders machen müssen, das würde ich anders machen oder so. Aber ich glaube, also, was mir voll oft auffällt, gerade bei diesen Darknet-Drogen-Artsen irgendwie, auch bei diesem Shiny Flakes-Bruder, also, falls es nicht kennen, sehr empfehlenswert, ist eine deutsche Doku, ich glaube, auch auf Netflix. Ja, ja. Über einen deutschen Guy, der im Clearweb, oder heißt es Clearweb, also im normalen Internet, da Drogen verkauft hat. Ähm, auch sehr interessant. Äh, aber ich hab das Gefühl, oft geht's da nicht unbedingt nur um Geld. Ich hab das Gefühl, Geld ist fast schon so eine Ja. Nebensache. Es geht denen mehr so darum, irgendwie so den Leuten was zu beweisen oder irgendwie zu zeigen, dass man so schlauer ist als die Ops. Das ist true. Also, die Cops zumindest. Das endet dann voll, weil ich finde, das endet immer voll oft damit, dass die so ganz dumm dann ihr Geld ausgeben. Dass die dann irgendwo hochgenommen werden, also der Shiny Flakes-Arzt, der war doch am Ende so völlig lost. Die gehen dann meistens in irgendein Ausland, meistens so Thailand oder so in die Geschichten, so, und, und wohnen da dann so ganz, ganz viel übertrieben und fahren so übertrieben Autos. Und so, wie, wenn man jemand gesagt hat, wie ist dein Stereotyp für jemanden, der jetzt viel Geld hat? Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Jemand, der wirklich was für Geld macht. Lambo, Louis Vuittose, so diese Sachen. Genau, jemand, der wirklich was für Geld macht. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in dem Business, weil ich viel Geld verdienen will, das sind ja meistens Leute, die sind dann, die sind dann stylischer. Die wissen dann, ey, ich investiere da und da, hab hier paar schöne, weißt du so? Weil die ja für das Geld überhaupt da sind. Und ich finde, also bei dem Shiny Flakes und ich glaube bei diesem Atzen auch, man merkt diesen Leuten an, die haben dann, oder so jemand wie Kim.com, die haben dann auf einmal die Million, die wissen gar nicht so richtig, was soll die machen. Und dann denken die so, ja, was machen denn so Leute in Filmen, wenn die viel Geld haben? Keine Ahnung, die haben halt ein Haus und haben so ein Lambo und dann spielen das so nach. Oh, krass. Ja, verstehe. Also, ich finde, jemand, der das machen würde für Geld, der würde anders handeln. Ja, ist auch... Und auch wirtschaftlicher vielleicht. Ist auf jeden Fall crazy interessant. Ich hätte es Bock, so einen Shop aufzumachen. Ja, ne? No joke, aber machen wir natürlich nicht, falls die Polizei zuschaut. Nee, auf gar keinen Fall. Aber ihr könnt ja mal bei edeltalkdrugs.com vor euch schauen. Auf gar keinen Fall wird es in ein paar Monaten in einen neuen Shop geben. Edeldrugs.com. Edeldrugs, Bruder. Und dann wird über uns irgendwann auch so eine Doku gemacht. Bro, dann wären wir in so einem Simplicissimus-Video. Das wäre so Simplicissimus. Das wäre schon worth, eigentlich, sollten wir machen. Das ist worth, ja. Das wäre schon worth. Ja, crazy. Ey, wir haben von Tim, wir haben von Tim, die letzte Folge war ja die Folge mit Hugo, wir haben von Tim hier ein paar süße Kommentare von euch bekommen. Und ich sag mal, die Leute waren gleichmäßig verstört, wie wir es waren. Ja. Warte, lass mich das kurz raussuchen. Hier. Wir haben hier einen Kommentar bekommen von Kevin Heinich, der hat geschrieben, starke Folge, hat Hugo schon mal an eine Fimose-Vorhautverengung gedacht? Das habe ich auch bekommen im Stream, kann ich beantworten mit nein, weil, ich finde es auch wild, dass wir jetzt eine Folge später über Huges Vorhaut reden. Weil er gar nicht weiß, was das ist, oder? Nee, aber er hat ja meinen Penis angeguckt und meinte, seiner sieht genauso aus. Ich glaube nicht, dass man es unbedingt in der Fimose-Vorhautverengung so unbedingt ansieht. Oh, okay, vielleicht. Ich glaube, das kann auch einfach, weil, guck mal, die Haut sieht vielleicht gleich aus, aber deine dehnt sich halt. Och, das ist eklig. Deine dehnt sich halt und seine halt vielleicht nicht. Ja. Er meinte doch auch irgendwie, dass er, das war ein Part, da hätte ich gerne nochmal nachgehakt im Nachhinein, dass er mal bei einem Arzt war, der so unfassbar doll seine Vorhaut zurückgezogen hat. Ja. Und da sollte man vielleicht generell nochmal therapeutisch ran an die Situation, aber vielleicht ist halt da auch wirklich irgendwas gerissen oder so, oder falsch verheilt oder so. I guess, I guess. Dann haben wir hier von Nico, der hat geschrieben, warum macht ihr nicht mal so ein bisschen längere Folgen, weil ich bei den meisten Podcasts das Gefühl habe, dass sie noch länger gehen könnten und trotzdem noch so entspannt wäre und mal wieder 10 aus 10 Folgen ist ja die krassesten. Ja, also manchmal machen wir es, wenn sie es halt irgendwie anbietet, wenn sie es irgendwie dann richtig anfühlt. Und an dem Tag, wo Hugo da war zum Beispiel, da musste er zum Zug und so, da war das ein bisschen tricky. Ja, keine Ahnung, aber das ist ja auch so, wir haben uns halt das so ein bisschen als Richtlinie gesetzt und ich finde es geil, dass wir das dann halt auch so dabei behalten. Aber klar, wenn wir jetzt merken, der Tor könnte jetzt noch ewig weitergehen oder es ist gerade eine spannende Stelle, dann wirkt ja keiner auf Krampf so ab. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch actually so für Leute zum Hören ein ganz geiler Sweetsport. So, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich bin so Stunde bis Stunde dreißig. Ich bin so ein Killer, glaube ich. Auf jeden. Dann haben wir hier ein Girl, was geschrieben hat. Als Girl fand ich das sehr aufklärend. Das waren Sachen, die ich noch nie so detailliert erklärt bekommen habe. Und man muss kein Duschgifft in den Intimbereich nutzen. Das kann brennen und pH-Wert sogar negativ verändern. Ich glaube, das ist tendenziell was, was für Girls ein Ding ist. Also man soll als Girl sich nicht mit Seife waschen in der Kutsch. Ohne rum. Ja. Ja, auf jeden Fall nicht auch so rein. Aber ich glaube, bei Cock ist egal. Also vielleicht jetzt nicht mit Salzsäure machen. Ja, mit Salzsäure. Sollte man generell nicht sich waschen. Also nicht nur am Schwanz nicht. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unempfindlicher bei den meisten. Lass mir noch was vorlesen. Jetzt hier, Jimmer. Ja, sorry. Was bietest du hier so durch? Sorry, ich wusste nicht. Sind die alle von Hugo her? Die Folge hat mich hochgradig verstört. Schreibt es. Sü. 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 Mit dem Niek-Incident kann ich nicht an etwas anderes denken, wenn Leute das sagen. Ja, ich weiß auch. Ich muss immer an Chef Strobel denken. Das ist gleichermaßen schlimm ungefähr. Die Folge hat mich hochgradig verstört. In den ganzen Jahren, in denen ich Edeltalk gehört habe, beziehungsweise gesehen habe, habe ich diese Folge mit Abstand am meisten auseinandergenommen. Bitte, lieber Gott im Himmel, erlöse mich von diesen schmerzhaften Qualen. Erlöse mich von diesem Gedanken, dass ich diese Bewegtbildproduktion gesehen habe. Erlöse mich von Hugos Erklärung mit diesem Auge. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Er meinte irgendwas von wegen, sein Penis sieht aus von oben wie ein Auge. Hallo, fuck. Ich bin so nach dem Podcast nach Hause gefahren und ich war einfach schockiert. Vielleicht sollte der wirklich ganz dringend zum Arzt, Bro. Aber er hat Angst vorm Arzt, ne? Also jemand hat auch in den Kommentaren geschrieben, dass er meint, dass jetzt alles Sinn macht, weil Hugo zieht sich vor Mädels zurück, weil er Schiss hat, mit denen intim zu werden, da an einer Vorhautverengung leidet und sich schämt. Das ist schon sehr weit gespielt. Das könnte sein, das könnte sein. Sehr weit gespielt. Ja, Bro. Also Hugo, falls du das hier siehst, falls dir das irgendwer im Stream geschickt hat oder so, geh mal zum Urologen, Digga. Geh mal zum Arzt. Lass mal deinen Cock abchecken. Hier meinte einer in Full Caps, okay, stopp, Hugo, du musst deine Vorhaut zurückziehen können. Das ist ein Fact, also Hugo, das ist ein Skill, den musst du haben. Das geht nicht ohne. Wenn das nicht geht, ist was kaputt. Wie wichst man sonst den Schwanz ab? Oh mein Gott. So hoch und runter, wie es sich. Oh mein Gott, vielleicht haben wir jetzt auch gerade noch eine neue Wichs-Methode bei Hugo entdeckt. Dass er denkt, er wichst wie alle, aber er wichst gar nicht wie alle. Oh mein Gott. Weil er sich zurück... Ich habe eine Frage, die ich in meinem Kopf noch nicht beantwortet habe, die auch in die Richtung geht. Ja, dann machen wir doch weiter einfach. Okay, guck mal, wenn man jetzt einen Stiffen hat und man wankt sich den, auf gut Deutsch, dann movt man ja die Vorhaut so hoch runter, I guess. Oder? Macht man doch so. I don't know. Vielleicht mache ich es auch anders als andere. Also ich mache immer so ein Liter Götterspeise, so in so einem Gepellter und dann... Oh mein Gott. Ja, man movt die Vorhaut hoch runter, Bro. Ja, okay, okay. Wie machen Leute, dass die beschnitten sind? Auch. So. Ja? Also ich bin ja beschnitten von der Natur her. Was heißt von der Natur her? Keine Ahnung, Bro. Meine Vorhaut ist einfach so wie jemand, der die beschnitten hat. Nur ich wurde halt nie. Die ist einfach so geboren. Ah, okay. Okay, interessant. Ja, ja. Ich habe nicht diese drei Kilo Fleischwurst-Almann-Vorhaut da. Ich glaube, ich habe den Almann-Hoodie. Nee, nee. Bei mir ist das immer alles fresh am Outlook. Da versteckt sich keiner. Der Rollkragen-Pulli ist unten. Ach, stimmt. Bei mir ist Kapuze zugezogen. Nee, nee. Ja, genau. Die war so Kapuze und dann zieht die nochmal den Fähnen. So wie, wie heißt der? Snot oder so, heißt der so? Der Rapper? Es gibt so einen Rapper, der hat mal so dieses Pullover... Okay, scheiße. Okay, das ist so sein Ding, ne? Ja, der hat so sein Pullover immer so zu. So deswegen, aber der ist ja trotzdem noch Haut, Bro. Der ist ja trotzdem noch Haut. Also wenn du so, I guess ich bin so im Mittelfeld zwischen diesen beiden Phänomenen, aber so wenn du es drauf anlegst, kannst du das schon so höher machen, aber so das ist nicht die Form, in der der auf Dauer chillen will, right? Okay. Aber so zum Wichsen kannst du schon so easy die Haut da so drüber fallen. Okay, schreibt doch mal, wie ihr euren Penis abwichst. Ich würde sagen, wir kommen zum Podcast, wo wir den Kalender von meiner Mom wieder abchecken. Kalender der Woche. Bro, übrigens, ich sehe, wir können hier so Sachen immer so abreißen. Wir können so jeden Tag immer so wegreißen. Ja, normal, da kennst du das nicht? Doch, aber das machen wir nie. Welchen haben wir heute? Heute haben wir den 11., oder? 11.? Nee, 19. Mai, ne? Welchen Monat haben wir? Mai. Tim muss schon lachen bei uns beiden, aber immerhin wusste ich den Monat, da würde ich mich schon mal freuen. Das ist jetzt so eine Frage, die ist für mich wild. Das gibt mir so ein bisschen so Triple R-Sign-Vibes. Oh. Zu was fühlst du dich mehr hingezogen? Sonne oder Mond? Nein, das ist was, wo du auf testedich.de gefragt wirst, wenn du beim Twilight-Quiz angeben musst, ob du ein Vampir oder ein Werwolf bist. Bist du Team, wie heißt der, Team Edward oder Team? Team Jacob. Keine Ahnung, ich habe beides. Oder wer war der Hurensohn? Ich habe Twilight nicht geguckt, Bro. Nein? Nein. Weißt du noch, wie ich damals diesen Marathon machen musste? Kennst du die Story? Ja. Hab ich schon erzählt, ne? Ja, weiß ich. Mit der allerersten Freundin, diese bisschen. Also mit der richtigen Freundin oder mit der Highschool-Musical-Freundin? Nein, die zähle ich ja gar nie mit. Ach so. Vielleicht tue ich dir Unrecht, sorry, falls du zuhörst, Bro. War natürlich schon auch krasse Zeiten. Falls du zuhörst, Bro. War natürlich auch krasse Zeiten, wo wir da gesungen haben im Skype und so, ne? Ja. Ne, mit der ersten richtigen, da gab es dann so, sie war mäßige Twilight-Fan und dann gab es bei uns im Uferpalast in Stuttgart. Ah, gab es so einen Tag, alle so bingenmäßig. Weil da kam, der letzte Film kam dann raus und da gab es einen Marathon von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. All day, alle Teile. Mit immer so fünf Stunden Pauses drin. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Und dann sind wir rein, Bro, da war hinter mir saß ein 45-jähriger Mann mit Fan-T-Shirt und so, Bro. Crazy, das ist okay. Ja, ja, ja. Das war so Teenie-Shit. Ja. Das auch wahrscheinlich, alles wahrscheinlich. Bro, das war vor allem auch weirdo-Shit, sag ich dir. Das war so, das war so, Gamescom-Personal war da am Start, Bro. Sonne oder Mond? Fucking. Soll ich in echt beantworten? Ja, sag, wenn du jetzt, einfach von dem Gefühl her. Ja, ob wir Sonne. Ich würde Mond sagen. Wirklich? Ich finde Mond cooler. Du bist so Team Vampir, Bro. Ich habe jetzt überlegt, was finde ich cooler, Sonne oder Mond? Mond ist cooler. So ein Vollmond ist cooler. Ja, aber hingezogen. Nicht jetzt, was du cooler findest, wenn du jetzt, Kevin, komm aus deiner Rapper-Persönlichkeit raus, okay? Nicht jetzt, wenn du jetzt cool fürs Image, die ich darstellen willst, sondern, vor was fühlst du dich mehr hingezogen? Das heißt, wenn du es in der Sonne so chillen würdest, auf so Sonnen, so am Strand, würdest du sagen, boah, wäre chilliger, wenn jetzt Mond da wäre. Was ist das für ein bescheuerter Talk? Nee, aber so, ich habe jetzt so, pass auf, ich habe jetzt zwei Bilder im Kopf. Einmal habe ich das Bild im Kopf, ich bin jetzt gerade an einem See und die Sonne scheint und dann habe ich einmal im Kopf, ich bin jetzt an so einem See und da ist so ein Vollmond einfach, der sich widerspiegelt im Wasser und es sieht alles so mega ästhetisch aus, wie so das Nachtelfengebiet bei World of Warcraft. Das kannst du jetzt nur relaten, aber so. Ich kann es mir vorstellen. Es sieht wahrscheinlich aus wie ein See und ein Mond. Ja, also das ist halt so sehr, so düster, aber so weiby irgendwie. Okay. Und so daran musste ich gerade denken. Warte mal. Ich würde eher sagen, der Mond. Heißt es Nachtelfen Nachtelfen, weil es bei denen immer Nacht ist? Oh, fuck, genau. Ja, scheiße. Ja, I guess. Haben die nie Tag? Aber warum heißt die Blutelfen Blutelfen dann? Weil denen ist immer Blut. Achso, ja. Scheiße, ja. Warum heißen die? Boah, den Gag kann man ordentlich weiter, Mann. Nee, ich würde sagen Sonne. Ich bin sonniger Typ und im Winter kriege ich immer miese Depressions, wenn ich nicht die Sonne sehe. Ja, okay. Hau mal noch einen Kalenderblatt raus. Wollte ich auch gerade sagen, wir machen noch eins. Hast du schon Frühlingsgefühle und Schmetterlinge im Bauch? Wir waren eine andere. Dieser Kalender. Bist du sehr anspruchsvoll? Boah, krasse Frage. Je nachdem bei was. Je nachdem bei was. Okay, Thema Essen. Lieber Kalender. Thema Essen? Ja. Aber da ist auch die Frage, was heißt genau anspruchsvoll? Weil ich finde, anspruchsvoll kann auch sowas sein wie ein guter Döner oder so. Ich esse jetzt kein Fleisch mehr, aber als Beispiel. Gibt's ja aber auch vegan. Ja, aber halt so ein guter Döner ist eigentlich jetzt nicht so anspruchsvoll crazy. Also weißt du, man kann auch mit anspruchsvoll sowas meinen wie, ich esse nur auf Fünf-Sterne-Küche oder Zwei-Sterne-Küche. Ja, ja, ja. Nee, aber eigentlich heißt es anspruchsvoll nur, dass du überhaupt Ansprüche hast. Also die müssen, das muss aber nicht heißen, dass das jetzt alles krass dann ist. Aber zum Beispiel kann ja auch ein Anspruch sein, ich will, dass mein Döner genau so und so und so schmeckt. Das ist ein Anspruch. Wie würdest du sagen, dass bei Sex dann einfach was kommt? Ja, da bin ich sehr, sehr anspruchslos. Nee, ich glaube, ich bin schon so anspruchsvoll, vor allem mir selbst gegenüber, glaube ich, so auf diesen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der das nicht ablegen kann. Weißt du, was ich manchmal so ein bisschen anstrengend finde? Du bist mal zum Beispiel irgendwie... Zu Gast? Zu Gast wo oder übernachtest du mal eine Nacht in irgendeinem Hotel oder Airbnb oder irgendwie sowas. Und dann gibt es halt so Leute, die kommen von ihrem normalen Anspruch dann nicht runter und die kriegen dann eine Krise, weil es dann da nicht so aussieht, wie die wollen. Oh ja. Und ich habe schon den Anspruch, weißt du, dass ich sage, ey, normalerweise würde ich schon gerne haben, dass mein Bett so und so ist und dass es so sauber ist und bla bla bla. Ja. Aber ich kann das auch mal für eine Zeit lang auch mal ignorieren. Manche können das nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel so sagt, Hotelzimmer, ich selber würde mir dieses Hotelzimmer so und so buchen, aber jetzt hat jemand anderes für mich gebucht, es ist so und so, ich komme damit, klar. Doch, solange nicht, wie ich es aber auch schon mal hatte, Blutflecken im Bett sind, wenn ich ins Zimmer reinkomme oder Haare oder sowas drauf sind, ist das für mich fein oder Kakerlaken oder sowas. Das ist wild. Ich hatte schon mal Blutflecken. Oh, ich war im Spa jetzt die letzten drei Tage. Hast du das gar nicht erzählt? Ja, ich war im Spa. Wie war es? Geil. Wie war dieses Frühstücksbuffet? War gut. Also ich war in einem Spa, wo Dominik schon vorher mit seiner Freundin war. Ja, ich bin auch bald wieder. Und ich fand es sehr geil, muss aber sagen, du hast ein bisschen rumgecapt. Bei was? Ich fand es nicht so geil, wie du gesagt hast. Was denn? Also Frühstücksbuffet war krass. Ja. Nur für mich als Nichtfleischesser war es jetzt nicht so krass. Ja, das habe ich dir aber schon auch gesagt. Ja, 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 war zu erwarten. Aber so, wenn man Fleischesser war, war überkrass. Bro, da lag beim Frühstück lag einfach so ein Fisch rum. So ein Lachs. Und dann so, also es war so ein riesiger Fischbrot, no joke, so drei Kilo Klopper. Ja. Und da konnte man sich so mit so einer Gabel, konnte man sich so frisches Fischfleisch da so rausmopsen. Ja, ja, ja. Das war krass. Und die braten dir auch Omelette und so da. Ja, ja, das habe ich mir geholt halt. Ja. Und so geile Pancakes und so. Übelst viel Marmelade. Zehn verschiedene Marmeladen. Hast du das Birchermüsli da gegessen? Nee. Boah, das ist voll schade. Birchermüsli ist doch scheiße. Nein. Das, was die da haben, Bro, das fickt. Okay. No joke. Wer fickt das? Deine Mutter. Ja, liebe Grüße. Ja, war so, das war krass, aber ich fand, also das ist halt so ein großes Hotel, muss man sagen. Und da war halt dann so ein Pool und so sechs Saunen und das war es dann halt. Ja. Und ich finde, da könnte noch mehr sein. Ja, das check ich. Das check ich. Also zum Beispiel, ich war da schon in Spas, da hattest du so, also ein Big Manko in diesem Spa war, dass wenn man unter Wasser war in dem Pool, man keine Musik gehört hat. Das finde ich übel, though. Ich finde das geil, dass du das gerade erzählst, nachdem das Kalender blattig gefragt hat, ob du anspruchsvoll bist. Aber also, das habe ich einmal gehabt oder zweimal in so Spas und es ist übelst geil. Ja. Dann bist du so unter Wasser und du hörst so dieses, so weißt du, wenn du so bei Spotify irgendwie so Chill-Vibes oder so eingibst und dann so die erste Playlist nimmst. Ja, die erste. Und dann chillst du da, Bro. Und dann gibt es in Wabali, in Berlin zum Beispiel, gibt es einen Raum, da hat Luciano auch mal ein Musikvideo gedreht drin. Das ist so eine Kuppel. Und das ist so, da gibt es, das ist alles dunkel. Und oben in der Mitte der Kuppel ist so ein No-Jose, so ein Ein-Meter-Durchmesser-Loch einfach, was dann so zum Himmel quasi zeigt. Und wenn dann nachts ist, siehst du da halt die Sterne oder den Mond, der reinscheint oder tagsüber halt die Sonne, you know. Ansonsten ist da übelst dunkel. Und dann ist da halt so ein bisschen LEDs, I guess und sowas, aber halt so sonst sehr dunkel. Und das Wasser ist sehr salzhaltig und jeder kriegt eine Poolnudel. Und dann chillst du mit der Poolnudel. Du kannst ja auch mehr nehmen. Dann packst du dir eine Poolnudel unter die Knie, eine Poolnudel irgendwie unter den Arsch und dann noch eine irgendwie hinter den Rücken. Und dann hast du wie so einen Liegestuhl, der so in diesem Salz rumfährt. Deine Ohren sind unter Wasser. Du hörst auch irgendwelche fucking Tunes, die dann auf deinem Ohr spielen. Das ist krass. Und das ist geil. Und ich finde, das fehlte da. Das war so Old People Spa. Ja, das muss man sagen. Es ist wirklich ein Old People Spa. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie das so ein bisschen moderner machen. Oder vielleicht auf meiner Reise nach dem perfekten Wellness-Ressort. Es wird ja safe sowas geben, was so geil ist, aber halt dann noch ein bisschen auf so einen Tick moderner. Aber ich muss sagen, das Geile halt auch in so einen Old People Spa zu gehen ist. A, ich denke nicht die ganze Zeit, okay, das ist nicht das Dumm, aber man rennt auch viel nackt rum und Shit und was weiß ich. Ich will einfach da privat sein. Und wenn halt da Uwe 70 und Ingo 60 sind, da denke ich nicht die ganze Zeit, bloß kommt gleich der nächste Viewer um die Ecke gerannt oder so. Ja, ja. Muss man ehrlich sagen, ist schon ein bisschen entspannter. Ja. Und die halten halt auch ihre Fresse, Bro. Die ist einfach alles, ist leise. So, ich kam da so runter. Ich habe mich gefühlt wie eine Oase. Ja, okay. Ich lege mich in dieses, weißt du, Bruder, ich gehe da auch nächsten Monat oder in zwei wieder hin. Man macht einfach ein bisschen Sauna, dieses Tauchbecken, dieses Outdoor-Becken, chillt da einfach ein bisschen. Und dann legt man sich einfach in diesen Verschickten. Hast du in dieses Outdoor-Becken reingepasst? Was? Bruder, das ist 15 Meter lang. Ach so, dieses. Ich dachte, du meinst, dieses Eisbad. Weil da war so ein Eisdinger, wo man so rein dipsen konnte. Das war so übelst eng. Und ich dachte so, ich glaube, ich fasse da nicht mal richtig rein. Was? Na, hä? Ja. Das war übel. Also, vielleicht haben die das kleiner gebaut. Als ich letztes Jahr da war, hätten da zwei Leute reingehen können. Vielleicht hast du ein anderes gesehen. Ja. Dann. Ich war da halt noch nie drin. Ich würde es mal ausmessen im nächsten Monat für dich und dir Bescheid sagen. In Fußballfeldern, bitte. Und dann legst du dich einfach da entweder an den Pool auf so den Liegestuhl oder extra in so einem Ruheraum oder so. Ja. Legst dich einfach hin, Digga, vors Fenster. Die Sonne scheint rein. Oder ich lag einfach nur noch und war ich. Das war ein Urlaub, wo ich am zweiten Tag ein Buch lesen konnte. So entspannt weiter. Wow, chill. Oh, halbertreibend. Bro, also ich fand's alles geil und so. Ein bisschen halt so auf alte Menschen mäßig gemacht, I guess. Die einzige Sache, die ich einfach wirklich dreist finde. Stichwort Minibar. Zehn Euro für einen halben Liter Wasser, Bruder, ist zu viel. Ja, Schweine. Zehn Euro, Digga. Wir sind da halt verdurstet den einen Abend, weil wir davor Alkohol getrunken haben. Bruder, wir sind verdurstet und wir mussten es da nehmen dann für so zehn Taten. Ja, nimm doch Leitungswasser in Deutschland. Ja. Hast du dann lieber zehn Euro bezahlt als Leitungswasser? Mein Girlfriend aber. Bruder, wir sind doch in Deutschland, da kann man doch sich ein bisschen Leitungswasser. War auf jeden Fall geil. Ich konnte gut entspannen. Geil aber wieder hier zu sein. Können wir als Empfehlung auch mal raushauen? Muss das nicht so, weil das ist schon echt ein bisschen borderline teuer da so. Ja, schon sehr teuer. Ich glaube, ich habe, also ich habe auf jeden Fall über 1000 Euro bezahlt für drei Tage. Ich habe auch gesehen, du hattest auch Zimmer mit Seeblick gebucht, oder? Ja. Voll gestört. Ja. Bruder, weißt du, was ich zahle? 500. Okay, dann habe ich dann schon da richtig in die Tasche gegriffen. Aber es war ein Geburtstagsgeschenk. Ja, ist okay. Aber du kannst halt bei den Zimmern, nimm einfach das im Nebengebäude mit dem Parkblick, das ist das billigste, das brauche ich, ich bin doch eh nicht im Zimmer. Ja. Egal. Wir haben auch crazy viel gegessen und so, ne? Also wir waren jeden Tag essen. Ja, okay, okay, gut. Haben uns dann an der Bar dann noch so Stuff geholt. Haben uns in der Bar noch Drinks geholt. Und da war dann so eine Bar mit Live-Musik und so. Also wir sind voll dumm gegangen. Hast du die Massage auch gehabt? Massage hatten wir auch, Bro. War geil, ne? Massage war alleine schon, glaube ich, 300 Euro für beide zusammen. Ja, die sind da krass. Also so weißt du, wenn ich das alles abrechne, dann sind wir bei so 600 Euro fürs Zimmer oder so. Okay, fair. Für drei, zwei Nächte. Ja, dann sind wir irgendwie, dann kommen wir da gleich raus. Dann weiß ich schon, was auf mich zukommt. Also es war, es war schon sehr expensive, ja. No, aber macht sowas mal, das muss nicht immer sowas sein. Es kann einfach sein, wenn ihr in eurer Stadt irgendwie so eine Art Therme habt oder vielleicht ein Freibad oder Dings mit Sauna. Ich glaube, in Köln und in Berlin gibt es Wabali. Das kann ich sehr empfehlen. Sehr geil. Safe. Also geht mal in sowas rein. Stuttgart oder generell unten die Gegend da. Sinsheim, Therme Sinsheim kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, es tut einem auch gut, so mal nackt rumzurennen. Das ist eine Überwindung, die muss man mal machen und dann ist die geil. Soweit man gecheckt hat, ey Bro, es juckt sich ja gar keiner für jetzt mich oder so. Weißt du, so jeder macht sein Ding, jeder läuft einfach rum, macht sein Business. Das ist schon eine geile Erfahrung. Ja, ich glaube, also ich müsste es jetzt nicht jeden Tag haben, aber ich glaube, so ab und zu mal einfach so ein bisschen nackt rumlaufen. Das ist schon chillig irgendwie. Ja, safe. Also Empfehlung der Woche, jetzt bar gehen und nackt rumlaufen. Lauft mal nackt rum zum Beispiel bei euch im Einkaufszentrum oder so, mega normal. Und nochmal Darknet Diaries auschecken. Und wenn ihr Bock habt, nochmal The Rookie auschecken. Das war eine Empfehlung mal wieder, wo richtig viele kamen. Ey Bro, so geil, dass du es empfohlen hast. Richtig geile Serie. Und checkt doch auf jeden Fall immer den Like-Button aus. Und kommt nächste Woche wieder, Freunde, dann wird es wieder fetzen, wenn es wieder heißt. Dominik und Kevin erkunden den Intimbereich von Hugo. So, in dem Sinne, Freunde, checkt die Edeltalk-Live-Tickets, sind noch ein paar übrig. Erster Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wie immer, Sonntag, 18 Uhr. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.